Und damit, moin moin zu SUTF. Ja, moin stimmt heute mal ausnahmsweise. Es ist 10 Uhr in der Früh. Und, äh, ja. Ich hatte gerade irgendwie ganz mächtig Lust, mich hier zu prügeln. Das werden wir auch mal versuchen. Wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich da so hingucke, es sind 25 Mann, die für einen so eine Party hier nötig sind. Und es schaffen gerade mal 18, hier runtergebeamt zu werden. Verstehe ich nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich jetzt. Ja, und dann da so. Ja, gut. Okay. Nee, also wie gesagt, äh, verstehe ich nicht, warum es sieben Leute nicht schaffen, hier rein zu joinen. Ist mir... Komme ich nicht drauf klar gerade irgendwie. Also entweder schaffen die es nicht, äh, weil ihr Rechner so schlecht ist, oder, äh, die brechen einfach mal nebenbei ab. Das... Ja. Wie gesagt, entzieht sich meine Erkenntnis, wie sowas sein kann. Aber na gut, okay. Ähm, soll mir rechts sein? Ja, ja, du mich auch. Für den interessiere ich mich mal nicht. So, da nochmal ein bisschen einsammeln. Da, da, da. Wir haben unsere Rüstung und verschwinden hier. Weil wir wurden eben schon ein bisschen angetitscht. Hier nochmal kurz. Gut. Einmal auf zwei. Keiner hinter mir. Da, jumpt einer runter. Okay. Gucken, was der so vorhat. Sehe ich nicht mehr. So, weitergeschrampt. Ist der denn da? Da ist so fest. Drei wird es überwechseln. Oh, nicht jetzt schon. Oh, das, wo ich keine Astora haben habe. Okay. Einmal das. Und so schon mal etwas Leder. So. Hinhocken. Mal kurz aufräumen. Das kommt weg. Das kommt weg. Eben hoch. Das kommt mal nach da. Das kommt mal nach da. So. Das holz abgreifen hier. Wo ich die Scheißfücher doch so gerne habe. Die sind so unnütz. So hochgradig unnütz. So, ich muss mich jetzt einmal ganz kurz orientieren, weil das ist mir eben irgendwie untergegangen. Wo ist hier was? Wo ist hier was? Da ist der Stein. Okay. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt's da mit. Da hole ich. ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Hier bleiben wir mal. Hier bleiben wir mal. So. So. So weit, so gut. Gut. Tocken wir uns hier mal irgendwie hin. Dann müssen wir mal ein bisschen hier unten in den Engrams aufräumen. Da hab ich schon mal eben hier über das Menü. Das Ding da raus. Das kommt da rüber. Das kommt auch da hin. Betäubungspfeile. Die hatte ich schon mal. So. Ähm. Normale Pfeile herstellen. Gut. So. So. Ähm. holz rein so dann wollen wir anfangen hier steine kloppen gleich durch starten ach ja ist das schön heute ja wie ihr merkt ist es heute wie gesagt es früh am morgen und ich bin heute schon irgendwann um 8 aufgestanden und ich bin noch nicht voll zurechnungsfähig überhaupt nicht nichtsdestotrotz gestern war Fußball ich hab's bis zum äh bitteren Ende geguckt ähm wie glaube ich viele von euch auch denke ich mal so einfach und war ja ein spannendes Spiel ne nur ein bisschen lang gibt's nicht ich brauch halt ich bin viel zu schwer wovon hab ich denn so viel wir stehen weit her kommt äh ja da kommen schon auch noch ein paar her was macht mich denn schon wieder so schwer lasst das mal fallen okay ich hab viele steine dabei super das behalte ich Bärchen nach unten oh die Bärchen auch nach unten jetzt nehmen wir uns ein paar Bären rein hier sieht es auch schon ganz anders aus jetzt müssen wir noch was finden was wir mal kurz erlegen können das ist warm na toll das ist Das war's für heute. Du kommst mir ja gerade recht, Magnus. Das war's für heute. Was fehlt mir jetzt zum Reparieren? Warte mal. Ich hab mal so kurz als Frage gestellt, doof wie ich bin. Oh, das gibt es nicht. Was fehlt mir denn? Fetsch. Zack. Okay. Das wird meine Rüstung. Noch irgendwo was? War's heute lang. Mega Fock. Soll eine Recht sein. So. 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 Wir brauchen zwei. Wir haben etwas Metall, nur leider zu wenig. Aber wir holen uns gleich welches. So. 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 Da vorne sind auch noch Steinchen. So. 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 jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen was zusammen. Ich hoffe, das reicht jetzt für das, was wir brauchen. so. So. Hintergrund am Hüsteln hört. Das ist mein Sohnemann nur zur Entwurf. Ähm. Ich hoffe. Wir kriegen das hier alles jetzt vernünftig hin. So. Karnibertor. Okay. Das ist der Moment, wo ich von da weggehe. Die 5 zücke. Und gucke was. Kaptur. Huh. Huh. Huch. So. Einer von euch muss jetzt leider dran glauben. Wieso? Da. Und du bist jetzt Futter für deine Kumpels hier. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Womit war ich jetzt eigentlich beschäftigt gerade. Ach ja. Wo wir schon dabei sind. Wo wir schon dabei sind. Auch noch. Da ist schon Fleisch für mich fertig. Und jetzt brauche ich. Und jetzt brauche ich die. Und jetzt brauche ich die. Das ist missig. Mir fehlen noch 45 Steine. Die muss ich jetzt mal eben kurz klöppeln hier. Hier ist was fertig. Hier ist auch was fertig. Gut. Hallo ihr beiden. Da kommt man mit. Da ist einer. Da ist Nummer zwei. Gut. Attach mit dem Target. Attach mit dem Target. Okay. Da ist es. Das wird folgen. Das wird folgen. Bleib schön da. Ja, ja. Ähm... Metall. So. Jetzt die Smithy. Gleich rein. Weapon. Halt. Zurück. Das da rein, das da rein, das da... Was Holz rein. Noch mehr Halt. Sedge und Fiber. Bauen. 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 Irgendwann lerne ich's. So, das sind wir auch bloß. Bauen. 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 Vielen Dank. So, Bärchen. So. So, wir hoffen, dass wir das gleich wiederfinden hier. Wir fänden jetzt mal hier den Berg hoch. So, dann können wir den Berg hier wieder runter. Wir hoffen, dass wir unsere Heimat auch wiederfinden. Was wir höchstwahrscheinlich wieder mal... Oh, Mann. Nicht tun werden, wenn wir überhaupt überleben hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir hoffen in die falsche Richtung. Da gibt es zumindest nichts. Oh, Mann. Also... Seht mir, was ihr wollt. Aber meine Orientierung hier ist... Katastrophal. Hä? Oh, schon wieder. Hallo? Ja. Das ist heute ganz katastrophal mit mir hier. Ui, 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 ui. Ich brauche kein Holz. Mega cold. Ja, super. Richtig gute Idee. Okay. Ich brauche... Ich brauche... Holz. Dann werde ich gleich mal mein Inventar aufruieren. Dann gehen wir mal raus. Dann noch ein paar Steine rein. Und dann... Ich brauche kein... Du bist ja... Du bist ja... Ja. Ich brauche... So, jetzt. So, wo ist die Wand? Die ist da. Wird knapp, aber wir versuchen unser Möglichstes. Wir stellen uns noch Pfeile her. Und jetzt das raus, das raus. Das raus, das raus. Das ziehen wir jetzt mal an. Ich ziehe ihn aber an, gut. Das schmeißen wir raus. Ich könnte mir noch ein bisschen Zetsch besorgen. Pfeile herzustellen. Nur falls. Woran fehlt es mir jetzt schon wieder? An Wasser? Das ist... Ah. Oh Mann, verdrückt. Ah Mann. Mega-Heat. Ja, super. So, jetzt haben wir das was verbrauchen. Und da hinten kommt die Wand. Oh, das wird so eng. Weapons, Firearms, zack. Bauen. Hatte ich nicht. Ne, hab ich nicht. Rüber, rüber. Was noch da? Weapons. Firearms. Nein. So. Oh, komm. Die Beine mit, gut. Noch mal schnell ein paar Sachen loswerden hier. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das, 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 das. Das kann auch. Nutzen wir noch mal, das nach da. Gut, hoffentlich gut. Wenig Munition für das Ding hier. Aber besser als gar keine. Da haben wir noch ein paar Pfeile, ja. Und da wird so nachgegnetet. Ich bin genau der Hormel. Ich bin vielleicht No-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu-Nu. Ich bin kein Pot, die andere Leute hier zu Hause. Ich bin kein Pot. mega cool jetzt kurz bevor wir nach oben geht ist richtig und richtig gut bestimmt ah ich sehe nichts was Mit denen möchte ich mich eigentlich ungern anlegen, aber... Wie, was, wo? Spielen die zusammen, oder was? Oder hat er so viele? Alter, Spino, Spino, Spino. Ich zähle drei Spinos hier. Yay. Hatten die einen anderen Drop als ich? Oh! 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 war klar. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier ein Teil davon zusammengezockt hat. Die haben sich nämlich nicht gegenseitig eingerannt. Das waren zwei mindestens, die zusammengespielt haben. Ähm. Finde ich kacke. Also das sah nicht, als wenn sie sich da oben bekriegt haben. Aber na gut, was will man machen? Ähm. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.